Okay, hier soll ich jetzt kommen, ich muss etwas mit euch mitteilen, ich bin jetzt, ich bin jetzt, das war es Montag und jetzt haben wir Dienstag und ich muss jetzt, ich muss jetzt noch so viele Tage, noch so viele Tage zu Hause bleiben, ich kann schon denken was ich habe, ich bin positiv, ich habe positiv Corona, leider, weil ich nach der Abflussfahrt nach Hamburg habe ich irgendwie Corona bekommen und ja, das ist ein bisschen, Leute, mit dem ist es ein bisschen besser, Leute, ich habe jetzt noch ein bisschen, die Nase ist zu, also die Nase ist verstopft, ich habe Brusten, da kommt noch drüner Schleim, Ja, aber das lässt nicht noch besser, ich bin, ich bin, naja, naja, holt rein und schau.